Willkommen zurück zu Zone of the Ender. Oh, im letzten Part haben wir einen der feindlichen Roboter übernommen. Das heißt Roboter, einen der feindlichen Mechas. Und steuern jetzt einen Raptor. Na komm, lass dich killen. Na, wut da nicht. Dann hau ich eben ab. Ja, wir brauchen diesen Raptor. Um das feindliche Schutzschild an dieser Anlage hier zu überwinden. Unser eigentlicher Kampf Michael Jehuty kann hier nicht durchkommen. Ja, wir haben es geschafft! Hm, aber das Kraftfisch besteht weiterhin. Unsere Schüsse kommen nicht durch. Ganz, ganz dumm gelaufen. Ja, in diesem Raptor ist unsere Kampfkraft natürlich schon ein bisschen arg gesenkt. Zumal wir als... Doch, wir haben alle Brunoswaffen, wie es aussieht. Wir haben Geizia, Devlin. Oh, ich kann nicht darauf achten. Und ab zum nächsten Gegner. Ah, aber hier könnte mal Geizia beziehungsvoller sein. Gut, gut. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Und der nächste Gegner. Natürlich ein Boxer. Du hältst ihn für dich auch. Wir machen die Wand kaputt. Wir holen den Schlüsseldienst. Jemand hat die Tür vergessen. Der Bauarbeiter. Holt Bob, den Baumeister. Soll die Wand einreißen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, müssen wir nur ein Stück des Weges zurück, um eine Lösung zu finden. Oh, irgendwie kommt es vor, als wäre der Boost von diesem Kerlchen. Bisschen stärker als normal. Hier ist eine Abzweigung. Ah, und neue Gegner. Sehr schön. Heißt, wir sind uns hier nicht verkehrt. Da, da, da. Sehr schön. Was haben wir hier? Ähm, ja, bisher hatten wir ja noch nicht viel mit Stealth zu tun. Ah, jetzt gibt es hier wieder ein paar Porter. Die werden wir mit unserer unglaublichen Kampfkraft natürlich erst mal wieder treffen müssen. Ja, was dieses neue Programm jetzt im Wesentlichen bewirkt, es gibt unsichtbare Gegner und diese können wir jetzt sehen und bekämpfen. Tja, da fragt man sich natürlich schon irgendwie, warum wir vorher nicht mit unsichtbaren Gegenden konfrontiert wurden. Schon ein bisschen komisch, dass es gerade jetzt so blödlich kommt. Aber hey, was soll's. Programm ist Programm. Ja, toll, das Ganze nur für den Metatron. Mal schnell. Ja, wir wissen uns, Ada, was unser Auftrag ist. Quaddeln wir nämlich immer dazwischen. Ich mag das gar nicht. Ich sehe etwas wie eine kleine Krab. Diese Sicht zeigt die Trage des Objekts. Es zeigt, dass dieser Punkt weaker ist als die gesamte Sache. Du musst einen sehr akkuraten Pinpoint-Attack machen. Ich habe es geschafft! Es hat öffnet! Sehr schön. Und damit können wir zum Generator. Und weg mit dir! Geh down! Stromausfall! Na komm, wie viel noch? Es wird nicht mehr gebraucht. Sehr schön. Wir haben Sniper-Munition geholt. Die wir eigentlich eh nicht brauchen. Sehr schön. Ja, jedenfalls sind die Antennen jetzt down und wir können auf neue Gebiete. Oh, ein Notsignal. Nächster Gebiet. Town 3. Und jetzt sehen wir schon unser nächstes Ziel. Mountain. Das wird ein entscheidender Punkt werden. Seien es noch viel älger machen wird. Das war die noch ganz genau. Doch erst mal ab ins dritte Städtchen. Funkel. Let me indicate with the marker the buildings which have vital activity. Try not to fight near the people who didn't escape. Yay, mal wieder selbe Spielchen. Gegnerplätten mit möglichen Gebäudeschäden. Und die wir endlich mal ein besseres Ranking als C. Wir haben jetzt immer schön den Nahkampf suchen. Wenig Energieangriffe zu nutzen. Und... Geh weg! Nein! Idiot! Verdammt! Die ersten Toten. Ich habe die ersten Toten zu verzeichnen. Nein, wie? Konnte das nur passieren? Ihr Miesen! Ich bin euch ein Unschuldig gestorben. Was zahle ich euch heim? So, wo noch? Da ist einer, da ist einer. Erstmal dich. Komm her! Die Brücke ist gut. Hallo? Gegner? Da! Ja, Kamera, bitte lass mich was sehen. Gut. Eieieiei, nicht so wild. Ich will hier wenig zerstören. Aua! Nein! Wieder was gestört. Du hast Phalanx. Da hinten hat Metatron. Ich will mich heilen. Halt, 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 halt! Hier ist was zum Heilen. Sehr schön. Oh Gott. Die Mission hat es in sich. Und zwei Ticke. Zwei Ticke. Nein! Na! Du mieses Stück! Kannst du nicht umsonst gemacht. Halt, halt, halt! Halt, halt! Sie haben nicht die Maser. Nein, nein, nein! Diese Laser dürfen sie nicht einsetzen. Das ist ein Todesurteil für die umstehenden Gebäude. Kommt sie... Down! Oh Gott, das sind noch so viele. Und äh... Dann kommt er! Nein! Die arme Bevölkerung, die kann doch nichts dafür! Ihr wollt doch nur Jehudi! Warum greift die Zivilisten an? Nein! Noch drei Gruppen! Erstmal euch! Wow! Pass auf, wo du mich hin drescht! Oh! Aber es war kein Zivilgebäude, wie es aussieht! Oh! Kein Gebäude mit Überlebenden! Immer noch acht Rückschland am Leben! Das sieht gut! Wo seid ihr? Da! Da! Komm schon! Oh Gott, ich hab sie schreien hören! Und dann wollen wir natürlich wieder Fail! Tut mir leid, Leute! Ich konnte euch nicht retten! Und noch mehr Tote! Oh Gott! Das wäre wirklich schlecht! Das wäre wirklich schlecht! Nicht mehr! Ja! So viel zur besseren Bewertung! Kann ich auch mal so machen! Oh nein! Wir werden in der Bewertung in der Bewertung in der Bewertung in der Bewertung! Wie viel denn noch? Da sind noch welche! Und natürlich Dicke! Aber nur Level 2! Es sollte direkt schnell down sein! Diese Mission ist wirklich hart! Vor allem, wenn man hier ein gutes Ranking will! Wir gehen nach der anderen Bewertung in der Bewertung! Wir gehen nach der Bewertung in der Bewertung! Wir gehen nach der Bewertung in der Bewertung! Da ist noch einer! Oh Gott! Oh Gott! Du dürftest der Letzte sein! Wir gehen nach der Bewertung in der Bewertung! Ah, flog nicht, du Mistkerl! Oh, das macht mich echt sauer! Gut, das war's! Du bist sicher der Letzte! Oh Gott! Ja, wieder C! Aber hey! Kann man nichts machen! Gut, nochmal schnell umgucken, gibt's was zu holen? Nicht wirklich! Also ab in die Berge! Das war ein hartes Stück Arbeit, sag ich euch! Was ist das? Das Facilite! Genutys Artificial Intelligence! Ich wurde dort gegründet! Es ist kein Grund, um dort zu gehen! Aber es sollte die Lüge aufstehen! Das ist, wo es liegt! Ich verstehe! Also, das ist dein Haus? Ich verstehe! Was? Verdammt, wir sind getroffen! Was war das? Oh nein, ich weiß, was es ist! Es ist der Tyrant! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Vielen Dank.